Hey moin Leute, grüßt euch zum Herodes Talk, heute mal mit Handcam, damit ich mich hier so schön fresh drehen kann. Ne, ich hab ja gerade auf Herodes auch noch das Tetris Video hochgeladen und das ist jetzt quasi so noch ein Dankvideo an alle, also meine Danksagungen an bestimmte, das war mein Handy, bestimmte Leute. Die erste Danksagung geht an die Firmen Microsoft und Nintendo, ohne die wäre dieser Greenscreen nicht möglich gewesen. Die Xbox-Hülle und die Wii haben ihn hoch genug gemacht, dass auch mein Kopf im Bild sein kann. Danke nochmal, das wäre nicht möglich gewesen. Der zweite Dank geht an meinen Feature-Guest, den Max Movement, der mit dem H-H-H-E-E-R-R-O-D-D-D-E-S-S-Mann, was ist hier eigentlich los? So, weil da ist Dr. Schwarzer doch schon in der ersten Staffel-Part und natürlich dem Ernst, denn der hat natürlich, hört man ja am Namen, den russischen Part geschrieben. Jo, und was ich noch sagen wollte, in der nächsten Folge geht es selbstverständlich um Themen wie, ich muss mal ganz kurz gucken, Apicalyptical Theory. Bis zum nächsten Mal.